Intensiv-Krankenschwesterin. Die Krankenschwesterin. Vor elf Tagen habe ich mein Video über den Bayerischen Rundfunk hochgeladen. Darin geht es auch um das Thema Gendern. Ich empfehle jedem von euch dringend, sich dieses Video anzuschauen. Mich lässt diese Thematik nicht wirklich los. Heute Morgen bin ich auf einen Beitrag von Michael Schulte auf Instagram gestoßen. Ein Ausschnitt vom WDR. Lokalzeit Ostwestfalen, meine alte Heimat. Ausbildung hat sie ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job gemacht. Und der ist nun wirklich ausfüllend Intensiv-Krankenschwesterin. Und jetzt leitet sie mit 26 Jahren die Feuerwehr in Burbach. Lisa Petri trotzdem Intensiv-Krankenschwesterin. Das ist ja schon mal ein Job, der auch viel Kraft kostet. Wenn es einmal passiert, kann es ein Versehen sein. Aber dann wiederholt er auch noch diesen Unsinn. Und dann stoße ich auf Twitter auch noch auf diesen Ausschnitt. Bei mehr als 8000 Menschen wurde wohl Kochseiz gespritzt. Und laut Polizei könnte die Krankenschwesterin Impfgegnerin sein. Mehr Nachrichten. Ja, aber warum genau stört mich das eigentlich? Diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Ja, es wird immer wieder propagiert, dass sich Sprache ändert. Sprache wandelt sich. Wir nehmen Anglizismen in unsere Sprache auf, wie das Googeln. Sie verändert sich von unten heraus. Auch das hören wir immer wieder unter anderem im Beitrag vom Bayerischen Rundfunk. Ich möchte euch ernsthaft bitten, wirklich intensiv nachzudenken, wie häufig ihr in eurem Alltag aus eigener Motivation heraus gendert. Und ich rede nicht davon, beide Formen zu nutzen, wie Schülerinnen und Schüler, sondern ich rede von Schüler, Doppelpunkt, großes Binnen-I-Sternchen, innen. Oder wie in diesem Fall, Krankenschwester, innen, beziehungsweise Krankenschwesterin. Ja, ihr habt richtig gehört, Krankenschwesterin. Wer oder was genau ist dieses Unten, von wo aus sich die Sprache jetzt verändern soll? Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk es nun vorlebt, ist das von unten heraus? 8,9, bald 9 Milliarden Euro jährlich. Ist das dieses Unten in der Gesellschaft? Natürlich machen auch die Privatsender keinen Halt vor dieser extremen Ideologie. ProSieben findet da sehr klare Worte. Hier wird mit allen Mitteln versucht, Sprache in die Köpfe der Menschen irgendwie einzutrichtern. Die Menschen wollen so nicht reden, einschließlich mir. Aber warum zur Hölle macht ihr es dann trotzdem? Wie wäre es mit einer weiterhin fallenden Aktie und sinkenden Einschaltquoten? Wie freiheitlich demokratisch ist es, wenn die Mehrheit der Bevölkerung diese Verunstaltung der Sprache ablehnt, es aber trotzdem ignoriert wird? Eine in Teilen radikale Minderheit fordert eine Neuausrichtung der Sprache unter dem Deckmantel von Toleranz und Vielfalt. Kritik daran wird schon im Keim erstickt. Das zeigt sich immer wieder. Zuletzt nach der mangelnden Rückendeckung des Axel Springer Verlages zu diesem Artikel. Oder die gewalttätigen Ausschreitungen beim Deikmarsch in Hamburg. Und tatsächlich kommt es kurz nach dem Start der Demonstration zu einem Zwischenfall. Eine kleine Gruppe ist mit ihren transfeindlichen Plakaten und Bannern wie angekündigt nicht willkommen auf der Demo. Kurze Ansage der Polizei und der Demonstrierenden. You never need to apologize for not liking dick. Transfrauen, also Männer, die behaupten, sie seien Frauen und im Anschluss dann auch noch homosexuell, sind keine Lesben. Es sind als Frauen verkleidete heterosexuelle Männer. Die Gewalt gegen diese echten Frauen bei diesem Marsch wird auch von der prominentesten Transfrau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Georgine, ehemals Georg Kellermann, hier gut geheißen. Männer in Frauenkleidern erklären Frauen, dass sie transphob sind, weil sie keine Penisse mögen. Ja, das ist unsere Realität. Ein weiterer schöner Plural übrigens ist das Wort Penen. Das ist keine Orwellsche Neusprech-Utopie, sondern die Realität, in der wir heute schon leben. Schüler im Beitrag des RBB wollen nicht gendern. Die Mehrheit der Menschen bei jeder einzelnen Befragung in der Vergangenheit möchte nicht gendern oder hält es für unwichtig. Und trotzdem macht ihr weiter. Warum? Anderer Punkt. Seit 2004 gibt es in Deutschland die Berufsbezeichnung der Krankenschwester nicht mehr. Bis vor kurzem galt die Bezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger, welche ich im Übrigen auch trage. Wer im Januar 2020 die Ausbildung begonnen hat, trägt von nun an die Berufsbezeichnung Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Das hängt auch mit dem neuen Ausbildungskonzept zusammen. Der Begriff der Krankenschwester ist immer noch etabliert. Vor allem, weil das Patientenklientel in der Regel alt ist und diese neueren Bezeichnungen gar nicht kennt. Es ist das Schwesternzimmer, es ist die Schwesternklingel. Und wenn einem der Furz quer sitzt, ruft man auch gerne mal laut nach der Schwester. Fühle ich mich als Mann deswegen angegriffen? Nein, weil ich kein Sensibelchen bin. Wenn dann jemand wie ich im Zimmer erscheint, gibt es häufig eine kurze Entschuldigung, da man ja mit der netten Schwester von gestern gerechnet hätte. Und dann ist die Sache für mich auch erledigt. Wenn aber der WDR eine veraltete Berufsbezeichnung hier nutzt und wir gehen davon aus, dass die 26-Jährige hier ihre Ausbildung nicht im Alter von 5 Jahren abgeschlossen hat und diese Bezeichnung dann auch noch gegendert wird, dann darf man sich durchaus die Frage stellen, ob er zum Frühstück vielleicht zu viel Klebstoff geschnüffelt hat. Möglicherweise ist er auch auf dem italienischen Parkett von Frau Schlesinger ausgerutscht und hat sich dabei an ihrem Massagesessel kräftig den Kopf gestoßen. Wir wissen das alles nicht. Was wir hingegen wissen ist, dass ihr euch zur absoluten Lachnummer macht. Wir wissen auch, dass inzwischen 84% der Deutschen eine Abschaffung der Rundfunkgebühren wollen. Knapp 20 Euro jeden Monat. Mein Gasabschlag hat sich nun von 75 auf 135 Euro monatlich erhöht. Ohne den Rundfunkbeitrag wären das nur etwa 40 Euro statt 60 Euro mehr Belastung monatlich. Die Bundesregierung möchte eine Entlastung kleinerer Einkommen. Schafft endlich diesen ideologisch verblendeten Rundfunk ab. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung und eine wirkliche Entlastung. Nicht nur finanziell, sondern auch für meine Nerven. Vielen Dank fürs Zuschauen.